Ja, richtig, ich präsentiere euch heute mein Forum lefty.tv.forumprofi.de Dort könnt ihr euch über alle möglichen Arten von Sachen, die ich in diesen Videos behandle, unterhalten. Und hier zeige ich euch auch mal, wie ihr dorthin gelangt. Ihr geht einfach in euren Browser und gebt oben in der URL-Leiste www.lefty.tv.forumprofi.de slash index.php oder das Index.php einfach weglassen. Und wie ihr hier seht, habe ich hier schon ordentlich schönen Themen eingerichtet, vor allem zur Programmierung oder auch zu Source SDK und zum RPG Maker XP. Es sind Sachen da. Ich habe auch ein Thema, ein Thread für WoW-Spieler angelegt. Ihr könnt euch also auch über WoW austauschen. Derzeit sind wir noch im Aufbau und deshalb bitte ich euch doch mitzuhelfen und euch alle dort möglichst schnell anzumelden auf der Seite lefty.tv.forumprofi.de. Das war es auch schon wieder mit diesem kleinen kurzen Video. Mein nächstes Tutorial wird demnächst folgen und ihr werdet natürlich auch auf leftypictures.blogspot.com Informationen erhalten, aber auch im Forum. Hier nochmal die Links, lefty.tv.forumprofi.de und leftypictures.blogspot.com. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.